Schalom, liebe Freunde aus der Vergangenheit. Kennengelernt haben wir uns nie. Wie, wie sollten wir auch. Vor 80 Jahren wurdet ihr aus Attendorn, unserer gemeinsamen Heimatstadt, vertrieben. In den schrecklichen Zeiten des Holocaust, der selbst in Provinzstädtchen wie Attendorn seine Macht ausübte. Wir erinnern uns an euch. Wir sehen eure Fotos und stellen uns vor, dass wir hätten Freunde werden können. Virtuell machen wir in diesem Projekt gemeinsam Musik, treiben zusammen Sport, besuchen dieselbe Schule oder schillen einfach ab unter buntem Sternenhimmel. Ein Selfie mit dem Handy hätte euch auch sicher Spaß gemacht. Wir erinnern uns an euch. Margret, Erich, Gertrud, Lisa, Julius, Lieselotte und Gerhard. Wir wählen eure Fotos aus dem Archiv und holen euch in unsere Zeit. Vor einem gemalten Bild stehen sich unsere Gesichter gegenüber und überspringen die Geschichte. Willkommen. Mein Name ist Max. Ich bin 20 Jahre alt. Als ich die Bildung von Gerhard Stern sah, habe ich ihn sofort gefühlt. Er scheint, dass er ein humorvoller Typ einer Person, wie ich. Und seine Charaktere scheint, dass er gut mit mir zusammenkommt, interessiert und offen. Ich habe ein Selfie-Collage auf meinem Computer gelegt, um unsere Verbindung zu symbolisieren. Mein Name ist Pauline Hillesheim und ich bin 17 Jahre alt. Ich habe mich entschieden, um Gott-Parent für Julius Böheimer zu sein. Was wir in common haben, ist, dass wir beide waren Studenten in der Atendons-Rivius-Secondary-School. Mit der Hilfe von Freunden hat er die Holocaust in der Hälfte in der Bergischen Land. Mein Name ist Lilly Pravitt. Ich bin 13 Jahre alt und lege Swimming. Die Gott-Schild I chose ist die Jewish-Schild Lieselotte-Ursel. Ich denke, es gibt ein paar Dinge, die wir zusammenfassen können. Mein Name ist Lucy Menken und ich bin 13 Jahre alt. Mein Hobby ist Horseriding. Ich chose die Jewish-Gerl, Magritte Ursel, als meine Gott-Schild, because both of us were students at Atendons-Sankt-Ursela-School and in my imagination we share a passion of sports. My name is Victoria Carter and I am 19 years old. Next to my photo is a photograph of Lieser-Ursel. She caught my eye right away because of her hearty laughter in the picture. Our two portraits are connected by the image of a keyboard. I can't say for sure if Lieser shares my hobby, the love of music and singing, but her smile reminds me of how happy I am when I play music. My name is Anna Orsini. I am six years old in the picture. My God-Schild is Gertrud Stern. She had three younger brothers and the domestic servants called her Sternchen, little star. That's why I drew a starry sky for us to symbolize our virtual connection. My name is Lea Wiethoff and I am 14 years old. I like to play the violin and love music. I can imagine that my virtual God-Schild, Magritte Oersel, might have shared this passion with me. On the collage of photos, she seems to enjoy listening to me playing the violin. My name is Lea Wien. I am 19 years old and like to play soccer during my free time. I choose Erich Oersel because I can imagine that he was a very athletic person too. The soccer ball and the soccer field are supposed to show how the sport connects us. やって and then they last many seasons, old. They still TV show. My name is Lea Wien. Oh yeah. Musik Musik